Willkommen zurück zu einer neuen Folge von, ja, Max Payne Nummer 3. Oh, können wir auch eine Uzi mitnehmen? Nehmen wir eine Uzi mit? Vielleicht finden wir noch eine zweite. Ja, ich glaube, wir können hier erstmal mit der Knarre rumlaufen. Na, dann tanzen wir mal, meine Lieben. Was soll ich mal nachher da oben? Ein paar finstere Gestalten. So, friss mal Kugel. Ja, wahrscheinlich. So, können wir hier noch ein bisschen, wir können ja noch ein bisschen Waffen aufnehmen. Genau, und jetzt können wir hier auch fett mit Dual Ingrams rumrennen. Da ist noch ein Flyer. Wie gesagt, wir können die ganzen Sachen ja alle untersuchen. Und ich, wie gesagt, oder wie auch schon gesagt, da habe ich das schon gesagt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich werde auf keinen Fall oder höchstwahrscheinlich keinen 100% Run hinkriegen. So, die werden auch mal weg. Ich dachte gerade schon, mich hat es erwischt, aber ich habe es doch noch gerade erledigen können. Na komm, hoch mit dir, Max. Ich brauche noch wieder Painkiller hier so langsam. Hat denn von euch jemand Painkiller dabei? Sieht hier mal nicht so aus. Ja, aber ich möchte auch hier noch ein bisschen nachschauen. Gibt doch noch Sachen zu entdecken. Ja, ich bin. das war nichts noch jemand ja das war glaube ich jetzt hier nicht so ja genau ich soll vielleicht gegen die sachen springen dann ist auch die bullen teilen ganz schnell vorbei max ist nicht mehr so der jüngste das merkt man hier in den teilen auch noch so ein bisschen fünf sekunden schub dort ausgezeichnet okay dann wuseln wir mal durch die gegend hier nur noch keine pink und wir haben direkt gesellschaften brauchen die bank klar auch zwei weniger drei weniger hier war doch noch jemand oder das war dann wohl der ich sage ich komme mit den beiden ingrams gerade sehr gut zurecht ach ja so können wir auf den toiletten vielleicht irgendwas regeln hier ist auf ah don't shoot por favor you an american sure yeah i'm from steel north dakota just outside of bismarck anders dettling this is some place huh they told me it was a little fresh but i wasn't expecting things to be quite like this no no see i've i've seen things i was a cop for 25 years i've seen men run over by combines i've seen husbands who just ate their wives but a gunfight in a disco you were a cop yeah just retired oh what a life that was and it gave me the money to raise a family i got a girl in college in wisconsin and a boy who's playing football for minnesota state you want to see their picture no no that's all right sounds nice listen you stay in here don't be a hero oh i won't i'm retired happy healthy ex-cop give me a break na wer weiß wo da gab's noch was zum anschauen it looked loud and expensive enough to be fabianas her fashion sense didn't leave a whole lot of room for imagination let alone food the girl sure knew how to draw the eye and maybe that was the problem but at least i was heading in the right direction ja das macht auf jeden fall sinn na komm Na fuck, wir haben nicht mehr so viel. Aber nicht mehr so viel Muni sehe ich gerade. Ich glaube, ich soll doch mal wieder wechseln. So, dann wäre hier der spaßige Teil vorbei. Ähm. Juhu, ein paar nette Freunde. Okay, der wäre weg. Der wäre weg. Und wie gesagt, ab und zu lohnt es sich auch mal, ein wenig in Bewegung zu bleiben. Aua. Das war dann wohl der letzte. Ähm. Wir haben noch eine Ingram. Ja, aber ich habe doch hier gerade noch was Schönes gefunden. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich glaube, also das heißt, ich bin mir relativ sicher. Ist nicht so, dass wir halt in einem Level dann alle drei Teile finden und nach und nach. Sondern, ähm, kann sein, dass halt ein Teil, keine Ahnung, im Dings ist, auf der, aber muss ich die Dings ausrüsten, dass ich die wechseln kann. Jawohl, kann ich. Gut. Dann gehen wir nämlich mal ein wenig so ab. Also wie gesagt, es kann sein, dass halt ein Teil der Waffe in einem Level, zehn Level hinten dran ist oder so. Von daher, hier nix versteckt. Gut. Ähm, von daher kann es halt auch ein bisschen darum, bis wir dann die entsprechenden Goldwaffen fertig haben. Tschö. 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 Sie sind nach dem Helikopter Pad. Ich musste nach dem Ruf vor Gervana und Fabianna gehen auf eine eine Art Weg. Ich wusste, dass das eine eine schlechte Idee wäre, aber in der Verlust von vielen guten 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 Gern, ich habe wieder gemacht. Ich bin. Ich bin. Oh. Was für ein Blick. Ich glaube, mein Zeitpunkt in Saal war nicht nur eine gute Zeit, als Sonnay, um die Zeitung zu machen. At least I was getting shot at by an infassive psychopath. These guys weren't messin' around. This place was like Baghdad with G-Stringers. A couple of more seconds and I'd have given something to the poor street cleaner and crappy start to his day. Now, I had a ride to catch. Oh, I said! Come on, come on! Jesus, Max, I can't leave you alone for five minutes! What the hell happened in there? They jumped us! Same guys from the party, I think. They grabbed the girls, and Marcelo, but he's here now. Yeah, don't worry about me, homie. I'm just the guy paying you lots of money to protect me out of what you're drinking. Bet your ass I was. You do try staying in there for five minutes sober. Oh, okay. Na dann. Zerlegen wir euch mal ein bisschen hier. Da kommt doch bestimmt noch was wir wollten. Jo, das sieht nach netter Gesellschaft aus. Der kann man noch weg. Wie sieht's mit den anderen aus? Da kommt doch bestimmt noch was wir wollten. Okay, dann gehen wir hier mal ein bisschen auf Zeitlupe wieder. Noch alles in Butter hier. Ich sehe halt hier gerade nichts. Ach, da unten. Ja, sorry. War leider nicht mein Blickfeld. Aber die Checkpoints sind eigentlich ganz gut gesetzt hier. Noch sieht das hier alles relativ sicher aus. Ich habe aus Versehen einen Buchstaben erschossen. Ich habe sie. Ja, ich habe es nicht mehr, gut. Ich habe die Dreher. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr, aber ich habe ihn nicht mehr. Ah, verdammt. Hm. Ding mal ballert hier noch eine. Unten zum Beispiel. Die lassen wir mal gerade. Nicht mit mir. Wo haben die ja auf einmal einen Raketenwerfer her? Ja, wie gesagt, zu langsam, äh, so ganz rund läufst du nicht, aber das kriegen wir hin. Ah, nee, ich sollte glaube ich die Rakete abschießen, das war's. Oh, 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 oh. Ja, höchstwahrscheinlich. So, wir haben hier noch unsere Doppelknarren oder halt eben die Pistole. Ich glaube, wir nehmen erst mal Pistole. Niemand da? Nö, ich habe auch die Penkeler nicht mitgenommen, sehe ich gerade. Uh, dann landen wir mal sanft auf dem Rücken. So, wen haben wir da noch? Da... Oh, hab ich ihn erwischt, gut. Freut mich. Du bleibst dir mal liegen, du kannst dich da zulegen, passt. So, ah, da ist noch jemand. Aber wir müssen jetzt da hinterher, wie es scheint. Na komm, geht drauf. Dankeschön. Nett. So, der kann da mal runter. Dann, glaube ich, bin noch im Schleichmodus gerade drin. Alles klar. Wer hat der noch nicht? Wer möchte noch mal? Da brüllt noch jemand. Ach, der. Zum Beispiel. Das Nachladen. Moment. Danke. Das, äh, lief jetzt nicht so gut. Gut, da ist sie runter, dann folgen wir dem mal. Where the hell was Passos? We were two failed cops, failing miserably at being bodyguards. He approached everything with about as little preparation as I did. Maybe that... It was Giovanna's Necklace. Now I just had to find the rest of her. Oops, sorry für die Unterbrechung. Gerade Max. Giovanna! Giovanna! Max! Max! Over here! What's happening? Where were you? Are you all right? What do I look all right? Don't worry, we're gonna get you out of here. Passos, where is he? Is he okay? Need to make a quick detour. He's fine. He's right there. Oh my God. It's Raul. Giovanna! Raul! Raul! Hey! Nothing. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Passos was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone. And part of me wished I was too. Uh... 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 Musik 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 Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before, but I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. My father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we paid, we find out who did it. We have them. But we all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters! Who can say? Life in this country is not easy. You can see that. I've tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course, I made enemies. But I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get on me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business now. What have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. She's from my wife back. We can take the money to them. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Don't quit. You're crazy. Stay here. Stay away! Please. Stay away! Stay away, stay away! Put the gun down. Put down your gun. Open the bag. Show me it's full of money. Easy, pal. Easy. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game when you were playing. The money was gone. Then I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. They were well armed professionals and I was starting to feel decidedly amateur. So, dann gehen wir mal hier in Deckung. You okay? Yeah. Alright, let's go. There's gotta be a first hit kid around here somewhere. I've been shot more times than I could remember. But this felt different. Maybe fate was sending me a message. Trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. Gut, dann versuchen wir in der nächsten Folge immer weiter zu kommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.